Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen nur eine gekürzte Version. In unserer Sendung Gesellschaft 3.0 hören Sie heute einen Vortrag von Dr. Ulrich Vosgerau mit dem Titel Die Zukunft des Verfassungsstaats Der Rechtswissenschaftler und Anwalt erortet Voraussetzungen und Gefahren für den Fortbestand der rechtsstaatlichen Verfassung. Er betrachtet insbesondere die Rolle der Medien bei der Entwicklung hin zu einem Erziehungsstaat. Ulrich Vosgerau sprach am 17. Mai auf der Jahrestagung des Kontrafunks, die in der Nähe von Zürich stattfand. Ja, die Zukunft des Verfassungsstaates. Der freiheitliche Verfassungsstaat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht schaffen kann. So das berühmte Böckenförde-Diktum, erstmals, glaube ich, 1962 auf dem berühmten Ebracher-Seminar von Ernst Forsthoff geäußert. Was heißt das? Um den Bogen aufzuspannen, will ich erstmal ganz weit in der Geschichte zurückgehen, in eine ganz andere Zeit. Ob es jetzt das Mittelalter gab, also nicht, dass es das nicht gab, aber ob es sinnvoll ist, vom Mittelalter zu reden oder ob nicht die Antike bereits im 11. Jahrhundert in die Neuzeit übergeht, sodass man sich das Mittelalter eigentlich sparen kann. Ist auch so ein Steckenpferd von mir, das will ich Ihnen jetzt ersparen, das würde zu weit führen. Also in grauer Vergangenheit, im Jahre 911, wurde ja der Vertrag von St. Clair sur Abt geschlossen. Und zwar zwischen den Wikinern, also den Normanen, unter ihrem Führer Rollo, früher teils Seekönig Rolf genannt, und König Karl III. von Frankreich, der seither immer Karl der Einfältige genannt wurde. Das klingt in den heutigen Ohren so ein bisschen lachhaft, also als wenn er nicht der Hellste gewesen wäre. Carolus Simplex oder auch Charles L'Esample und im Deutschen hat sich da, glaube ich, schon im 18. Jahrhundert Karl der Einfältige herausgebildet. Aber so war das interessanterweise gar nicht gemeint, sondern in der alten Sprache sollte das was anderes heißen. Das sollte heißen, dass er gerade heraus ist, dass er offen und ehrlich ist, also dass er nicht trickst. Und zu diesem Beinamen, der eigentlich sehr positiv gemeint ist, die Wörter verändern eben ihre Gestalt und ihre Bedeutung, teils gravierend. Im 18. Jahrhundert war zum Beispiel das größte Kompliment, wenn man sagte, du bist ein wahrer Biedermann. Das war etwas ganz Positives. Also Karl der Einfältige war einfach der, der gerade raus war. Und das kam eben so bei diesem Vertrag, wo also die Normannen nach etlichen Überfällen sich also in der späteren Normandie dann ansiedeln wollten. Und in der Tat Karl der Einfältige mit ihnen einen dahingehenden Vertrag schloss, der eben einschloss, dass sie sich dort in Normandie ansiedeln konnten. Und gleichzeitig sich verpflichteten, Frankreich dann gegen die Überfälle künftiger Normannen abzuschirmen. Da wurde dieser Vertrag gemacht, der hat sie also als Lehensleute akzeptiert. Und als das vorbereitet wurde, da haben seine Juristen, Karl, den später Einfältig genannten, eben darauf vorbereitet. Und die haben dem gesagt, das Interessante ist ja, das sind gar keine Christen. Die glauben da und Udin und solche Sachen. Und deswegen kannst du mit denen alle möglichen Verträge abschließen. Da steht drin im Himmel des Jahrmarkt, du nimmst alle Vorteile mit. Und wenn du irgendwelche Pflichten hast, dann kannst du ja immer erklären, du bist nicht gebunden. Weil ja die Kirche lehrt, Verträge mit Nichtchristen gelten nicht. Ja, das müssen wir denen nicht sagen, aber das machen wir mal. Und das hat in der Tat Karl III. abgelehnt. Hat gesagt, sowas macht er nicht, so krumme Touren. Und hat also seine Vertragspartner darauf aufmerksam gemacht, sie müssten sich jetzt zunächst mal taufen lassen, sonst würde leider der Vertrag nicht gelten, das sei erforderlich. Das haben die auch gemacht, das hat die nicht groß gestört. Also der Rollo hat seinen Glauben an Udin nie abgelegt, aber er ist eben kurz im Wasser untergetaucht und damit war der Vertrag dann auf einmal wirksam. Das haben die Juristen, Karl III. geraten. Da kann man gleich sagen, das ist typisch für Juristen, die haben immer so hinterhältige Tricks. Stimmt aber so gar nicht, denn die Juristen Karls III. waren ja eigentlich noch gar keine Juristen, das waren ja Priester. Denn Juristen sind eigentlich erst im 11. Jahrhundert erfunden worden, nachdem, und auch daran hatten die Normanen einen starken Anteil, also die späteren Nachfahren von Rollo, nachdem nämlich im 11. Jahrhundert der Corpus Juris Civilis aus dem 6. Jahrhundert, das war eine Rechtskodifikation des Kaisers Justinian mit zwei Kommentierungsschichten darüber, wiederentdeckt worden ist im 11. Jahrhundert. Und dann hat man juristische Fakultäten aufgemacht, die erst in Bologna, und hat begonnen, die Rechtstexte mit den Methoden auszulegen, die die Theologen für die Auslegung der Bibel entwickelt hatten. War ja dasselbe Problem, man hat einen Text, den stellt man sich als autoritativ vor. Man sagt einfach mal, dieser Text gilt jetzt. Aber dann ist die große Frage, was bedeutet der Text? Die Juristerei ist also erst im 11. Jahrhundert in Wahrheit entstanden und die Juristen, in Anführungszeichen, die Karl III., beraten haben, und so zweifelhafterweise waren in Wahrheit Priester, allenfalls mit so einer juristischen Nebenausbildung, aber eigentlich auch nicht, denn die Juristerei war in dieser Gestalt nicht erfunden. Das römische Privatrecht, die römische Privatrechtswissenschaft war im 10. Jahrhundert noch nicht wiederentdeckt worden. Das heißt, die versuchten eher allgemeine Rechtssätze aus der Bibel abzuleiten, indem sie zu den Gleichnissen neue Gleichnisse machten und wie sie gesehen haben, schon mit zweifelhaften Ergebnis. Es ist also zu einem Aufblühen der Jurisprudenz bis hinauf in die heutigen Höhen des Verfassungsrechts kam es in der Folge des 11. Jahrhunderts. Da spielten die Normanen und ihre Normanenstaaten eine große Rolle, auch die päpstliche Revolution Gregors VII. In den Normanenstaaten wird im 11. Jahrhundert dann der Satz entdeckt, dass das Recht Menschenwerk ist und dass es auch veränderbar ist. Nun gut, das wollen wir gar nicht in der Tiefe behandeln. Warum komme ich überhaupt darauf zu sprechen? Weil ich immer mehr den Eindruck habe in den letzten Jahren, dass sich hier längst ein Kreis und zwar in unguter Weise zu schließen begonnen hat. Nämlich auch heute scheint die Rechtsauslegung von den Juristen abgewandert zu sein, aus der Hoheit, um nicht zu sagen der Souveränität der Juristen, abgewandert zu sein und scheint wieder einer neuen Priesterkaste in die Hände gefallen zu sein, die interessanterweise gar keine juristische Ausbildung hat. Diese Priesterkaste findet sich einerseits in den inzwischen zahllosen, staatlich bezahlten Non-Governmental Organizations, wie etwa dem Deutschen Institut für Menschenrechte, auf das kann ich nachher noch kurz zu sprechen kommen, aber auch natürlich in der Presse und in den Medien. Und diese neue Priesterkaste hat inzwischen längst begonnen, die Verfassungsauslegung wesentlich zu leiten und der eigentliche juristische Fachstab ist ängstlich bemüht, hinter der Modernisierung überhaupt noch hinterher zu kommen. Und Ausdruck dieser Übernahme, dieser Okkupation der Rechtsauslegung durch eine neue Priesterkaste, ist etwa besonders revolutionär bereits der Klimaschutzbeschluss des Bundesverfassungsgerichts von Frühjahr 2021, der mit der gesamten hergebrachten Grundrechtsdogmatik vollkommen gebrochen hat und der alle Grundrechte unter einen vermeintlichen Vorbehalt des Klimaschutzes und der angeblichen Interessen von Generationen gestellt hat, die noch gar nicht geboren sind. Wir kennen im Recht eigentlich, weil es kann schon Rechte geben für noch nicht geborene Personen, aber die müssen da wenigstens gezeugt sein. Dann können Sie zum Beispiel ein Erbrecht haben, einen Rechtsanspruch für erst hypothetisch in Zukunft möglicherweise zu erzeugende Personen kannten wir im Recht bisher nicht. Das hat das Bundesverfassungsgericht mal en passant erfunden, als es eben den Satz aufgestellt hat, interessanterweise völlig einstimmig im Ersten Senat, ohne Sondermotum, ohne Minderheitenvotum. Alle Grundrechte sind eigentlich nichts wert, weil sie alle unter diesem Universalvorbehalt stehen. Als ich zum ersten Mal von diesem Verfahren höre, das wäre ja zufällig, spät nachts habe ich im NDR eine Dokumentation geguckt, wo eben diese Bauernfamilien, eine von Sylt irgendwie vorgestellt wurden, die diese Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht haben und ich habe das überhaupt nicht ernst genommen als ausgewählter Verfassungsrechter. Ich ging davon aus, das ist ein rein symbolischer Prozess, die gibt es ja manchmal. Greenpeace hatte in den 80er Jahren zum Beispiel eine Verfassungsbeschwerde zugunsten der Robben in der Nordsee eingereicht. Die wussten auch, dass das so nicht zulässig ist, das war auch nicht Sinn der Sache, sondern das sollte eben nur ein politisches Symbol sein, damit in den Medien darüber berichtet wird. Genauso habe ich diese Klage eingeordnet und muss dann sagen, ich war als Verfassungsrecht auch einigermaßen überrascht, als sie dann in der Tat zum Erfolg geführt hat. Ähnlich vorbereitet von einer überhaupt nicht juristisch ausgebildeten, aber medial überaus wirksamen und staatlich großzügig finanzierten Priesterkaste ist etwa auch die, jetzt allen Ernstes bei den Verwaltungsgerichten grassierende Vorstellung, dass jemand, der der Auffassung ist, dass das Wort Volk, wie eigentlich alle Substantive, mehrere Bedeutungen oder Bedeutungsnuancen annehmen kann und nicht einzig und allein zwingend nur die Summe aller Staatsbürger im formellen Rechtssinne meinen kann, sondern theoretisch auch etwas anderes außerdem noch meinen kann. Zum Beispiel das ethno-kulturelle Volk im Sinne der Kultur- und Abstammungsgemeinschaft, was ja übrigens der Volksbehörde des Grundgesetzes ist, der in Artikel 116 zum Ausdruck kommt, dass also jemand, der so etwas auch für denkbar hält, ein Verfassungsfeind sein könnte, weil er die Menschenwürde weiter Teile der übrigen Menschheiten negiert. Auch das ist eine Vorstellung, auf die Juristen nie gekommen wären, sondern die von Journalisten und von NGO-Mitarbeitern propagiert worden ist, aber die interessanterweise vom juristischen Fachstab nachvollzogen wird. Ja, der irgendwie dunkel ahnt, das ist jetzt die gemeinschaftliche Überzeugung des politisch-medialen Komplexes, ich komme auch auf diesen Begriff noch zurück, und das ist jetzt irgendwie so, wir müssen die notwendigen Modernisierungsschritte jetzt einfach mal nachvollziehen, die da irgendwie vorgegeben worden sind. Um zu verstehen oder einigermaßen besser zu verstehen, wie solche Prozesse vor sich gehen, müssen wir an dieser Stelle eine wichtige Entscheidung einführen. Wir werden gleich sehen, das führt uns ins Uferlose, das können wir auch nicht ausdeklinieren, aber wir werden die Unterscheidung mal kurz einführen. Und das ist die Unterscheidung zwischen Legalverfassung und Realverfassung. Es gibt irgendwie beides und es wirkt aufeinander ein. Und die letzte Komplexität dieses aufeinander einwirkenden Zusammenhangs, die werden wir niemals ergründen, das müssen wir auch nicht glauben, denn es geht deswegen nicht. Weil das ganze juristische Denken auf die Entgegenstellung von Normativität und Faktizität gegründet ist. Also juridische Gesetze sind keine Naturgesetze, weil sie ein Sollen zum Gegenstand haben. Andererseits kann ich daher auch juridische Gesetze, nicht unter Verweis auf ein Sein, widerlegen und übrigens auch nicht begründen. Also die Tatsache, dass täglich Fahrräder gestohlen werden, ist nicht geeignet, das Verbot des Fahrraddiebstahls irgendwie zu widerlegen oder dergleichen. Das sind einfach verschiedene Kategorien. Das muss man auseinanderhalten, darauf grünet das rechtswissenschaftliche Denken. So, das ist aber nicht durchhaltbar, wenn wir eben sehen, dass die Realverfassung auf die Legalverfassung, also das geschriebene Recht und die realen Verhältnisse, dass das aufeinander einwirkt. Verwandtes Problem, das man auch juristisch niemals in den Griff bekommt und von dem jeder schon mal gehört hat, ist das völkerrechtliche Problem der Souveränität. Davon ist ja ganz viel die Rede, auch ich kriege jeden Tag E-Mails von irgendwelchen Leuten, die dann immer klagen, die Bundesrepublik Deutschland ist ja gar nicht mehr souverän. Und was würden wir machen, wenn wir wieder souverän wären? Das ist immer sehr schwer zu beantworten, weil man erst mal fragen müsste, ja, was meint ihr jetzt genau damit? Man kriegt den Begriff der Souveränität juristisch nicht in den Griff, weil man nicht entscheiden kann. Der Schillert, der ist zu gleichen Teilen aus dem Normativen und dem Faktischen zusammengesetzt. Es gibt die Souveränität im rein normativen Sinne. Das Wort Souveränität steht nicht in der Satzung der United Nations, in der UN-Charta, da steht was von souveräner Gleichheit. Alle Staaten der Welt, der kleinste und der größte, haben völlig gleichermaßen den Anspruch auf souveräne Gleichheit mit allen anderen Staaten. Den erheben wir natürlich auch. Aber zugleich hat die Souveränität ein faktisches Element. Kann man denn seine Souveränität, also den Anspruch auf Alleinherrschaft, unbeeinflusst auf dem eigenen Staatsgebiet, kann man den faktisch durchsetzen? Das kann natürlich kaum noch ein Staat auf der Welt. Selbst die Schweizer hier, die so neutral sind und sich auf ihre Unabhängigkeit viel einbilden, konnten das Schweizer Bankgeheimnis nicht durchsetzen, gegen den Wunsch der USA an der Überführung von Steuersündern mitwirken zu müssen. Indem die USA einfach sagten, wenn ihr unseren Vorstellungen innenpolitisch nicht folgt, dann wird eben den Schweizer Banken die US-Banklizenz entzogen. Ja, und das konnte die Schweiz dann nicht ertragen, das konnte sie nicht mitmachen, also ist sie dann gefolgt und hat gesagt, das Schweizer Bankgeheimnis ist eben auch nicht mehr das, was es mal war. So ist das ineinander verwoben und man kriegt es nicht getrennt. So, zurück, Realverfassung und Legalverfassung. Was ist der Unterschied und wie ist das Verhältnis? In seinem Vortrag über Verfassungswesen hat bereits Ende des 19. Jahrhunderts Ferdinand Lassalle auf dieses der staatlichen Gesetzgebung vorgelagerte, nichtrechtliche Element aufmerksam gemacht. Er sagte, dass also alle Gesetze, die in diesem Land erlassen werden, er meint das Deutsche Reich, wirkt dieser Zusammenhang derart ein, dass sie in einem gewissen Umfang notwendig so und nicht anders werden, wie sie eben sind, nämlich die tatsächlichen Machtverhältnisse, die wirken ein, die in einer gegebenen Gesellschaft nun einmal bestehen. Und er gibt dann verschiedene Beispiele. Ein König, dem das Heer gehorcht und die Kanonen, das ist ein Stück Verfassung. Oder der Adel, der Einfluss bei Hof und König hat, damals noch, 19. Jahrhundert, das ist ein Stück Verfassung. Und die Herren Borsig und Engels, das waren bedeutend Industrielle, die großen Industriellen überhaupt, die sind ein Stück Verfassung, meinte Lassalle. In gewissen Grenzen sei das auch das allgemeine Bewusstsein, wir würden heute vielleicht sagen der Zeitgeist. Die allgemeine Bildung ist gleichfalls ein Stück Verfassung. Ja, wir könnten letztlich sagen, in gewissen alleräußersten Fällen, wir sind alle ein Stück der Verfassung. So schon Lassalle. Den allerletzten Halbsatz hat dann der Verfassungsrechtler Peter Häberle bereits im Jahr 1975 eindrucksvoll durchdekliniert mit seinem Aufsatz »Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten«, wo er erstmals, und zwar in positiv werbender Weise, begründet hat, dass ja nicht nur die ausgebildeten Verfassungsrechter oder Juristen überhaupt die Verfassung auslegen würden, sondern es würden ja andere Leute auch machen, zum Beispiel Journalisten, die sich darüber äußern, was denn jetzt ein Skandal ist oder was man als demokratisch, was man als undemokratisch zu verstehen hat. Peter Häberle hat damals dafür geworben und hat das als eine fantastische Modernisierung und Demokratisierung gewissermaßen des Verfassungsdenkens begriffen. Aus heutiger Sicht muss man sagen, dass diese offene Gesellschaft oder die scheinbar offene Gesellschaft, der Verfassungsinterpreten, wo alle möglichen Leute mitreden und manche davon sind eben staatlich finanziert und werden also gefördert oder haben breiten Zugang zur medial geprägten Öffentlichkeit, dass die heute sehr stark verwirklicht ist, mit der Folge, dass die Vorstellungen von Verfassungsrechtlern immer weniger zur Geltung kommen. Und wir sehen, das ist ein ganz riesiges Problem. Es scheint aber ein Stück weit unvermeidlich zu sein, denn zu diesen Voraussetzungen, von denen Böckenförde gesprochen hat, auf die der liberale Verfassungsstaat angewiesen bleibt und die aber selber nicht schaffen kann, gehört natürlich ein gewisses Verständnis, eine gewisse Mentalität, eine gewisse Bereitschaft zu einem ausdifferenzierten Denken. Und das geht heute im Zuge, wie mir scheinen will, von wirklichen Dekadenzprozessen eher zugrunde und macht einer allgemeinen Moralisierung Platz, einer Entdifferenzierung, einer grundlegenden Vereinfachung, wo alles auf Moral und Absicht reduziert wird. Und dagegen kommt man natürlich mit einem differenzierten Verfassungsdenken, zumal im Mehrebenesystem eigentlich nicht an, aber im Einzelnen. Was sind nun also die Voraussetzungen, von denen Böckenförde bereits in den 60er Jahren gesprochen hat und auf die eben der liberale Verfassungsstaat angewiesen bleibe, ohne sie selber schaffen zu können, woraus ja im Umkehrschluss dann folgt, ohne deren Aufrechterhaltung der liberale Verfassungsstaat an sein Ende kommen wird. Böckenförde selber hat das nie nennenswert präzisiert. Darin liegt natürlich auch ein bisschen der Zauber des Satzes, dass er also einer vielleicht mit beliebigen, aber jedenfalls sehr vielfältigen und offenen Konkretisierung unterliegt. Es war sehr bald Einigkeit darüber hergestellt, dass eine ganz wesentliche Voraussetzung, die er ohne Zweifel wohl gemeint haben mag, eine gewisse Mindesthomogenität der Gesellschaft ist. Also in kultureller, vielleicht weltanschaulicher, vielleicht religiöser Hinsicht. Alles Dinge, die auch typischerweise durch eine gemeinsame Herkunft, durch eine ähnliche Ethnizität jedenfalls wohl begünstigt werden dürften. Und dass diese Richtung nicht die ganz falsche war, hat Böckenförde wohl 2007 in einem aufsehenerregenden Vortrag in München vor der Siemens-Stiftung in der Tat bestätigt. Dies ist auch aus Buch herausgekommen, wo dann Böckenförde, also ein sehr engagierter Katholik und eingeschriebener Sozialdemokrat, proklamiert hat, dass der liberale Staat die Einwanderung von islamischen Menschen stark beschränken müsse, um überhaupt seinen demokratischen Charakter aufrechterhalten zu können. So Böckenförde 2007 bei der Siemens-Stiftung. Er war zwölf Jahre Verfassungsrichter gewesen. Der erste Schmittianer beim Verfassungsgericht war insofern und war fachlich über allemaßen anerkannt und war insofern dann jenseits von Gut und Böse. Zu den Voraussetzungen gehört aber sicherlich auch weiterhin, dass der Verfassungsstaat westlicher Prägung, der ja als Ergebnis einer jahrhundertlangen Entwicklung erst entstanden ist, überhaupt verstanden werden muss von den Rechtsunterworfenen. Das heißt intellektuell wie auch mentalitätsmäßig. Das wird einmal problematisch, das hatte ich ja schon angedeutet, im Rahmen dieses Homogenitätserfordernisses. Das ist einmal problematisch eben bei Zuwanderern, etwa aus dem nahöstlichen Raum, wo eben eine ganz andere kulturelle Überlieferung sicherlich da ist. Dort lebt man letztlich in einer Welt, die aus Religion, Tradition, Familie, Ehre sich eher zusammensetzt. Es wird ja oft darauf hingewiesen, es habe in der muslimischen Welt im Orient keine Aufklärung in unserem Sinne gegeben. Aber im Grunde greift der Verweis auf die Aufklärung meines Erachtens viel zu kurz. Sie merken schon, ich knüpfe oben an an meinem Mittelalter-Steckenpferd, also dass es so gar nicht gegeben hat. Denn die Aufklärung ist sozusagen die letzte Entwicklungsstufe eines Prozesses, der schon Jahrhunderte vorher begonnen hat, nämlich im 11. Jahrhundert. Weil wir ab dem 11. Jahrhundert die Vorstellung einer Staatlichkeit haben, einer Staatlichkeit, die auf das Ämterprinzip gründet, also dass das Amt zum Beispiel auch nicht privat vererbt werden kann, sondern im öffentlichen Interesse vorübergehend verliehen wird. Das ist alles in den Normandenstaaten schon ganz klar ausgebildet. Wir haben ab dem 11. Jahrhundert in der Vorstellung klar ausgebildet, die Unterscheidung zwischen Staat und Kirche, die Unterscheidung zwischen Recht und Moral, die Unterscheidung zwischen Politik und Religion. Und das wird dann zu einem Zeitalter, wo die Religion als solche allmählich zu erlöschen beginnt, in der Aufklärung nochmal zur letzten Tufel hochdekliniert. Aber es ist keineswegs so, dass hier finsteres Mittelalter ist, bis die Aufklärung kommt, sondern das sind viel, viel längere Prozesse, die sozusagen in die DNA des Abendlandes des Westens irgendwie eingeschrieben sind. Aber es sind selbstverständlich ja nicht nur die Einwanderer das Problem. Man könnte zur Verdeutlichung auf das inzwischen legendäre Buch von Sarah ziehen, Deutschland schafft sich ab, erstmals im August 2010 verweisen. Das ja wegen des Rekurses auch auf die Einwanderungsfrage eine unglaubliche Kontroverse ausgelöst hat. Aber wenn man das Buch liest, ist es ja 2021 dann neu erschienen mit einem neuen Vorwort von fast 70 Seiten, wo er dann darauf verweist, dass alles viel schlimmer gekommen ist, als das 2010 vorausgesagt hatte. Dann ist es ja so, in dem Buch geht es erstmal um ganz andere Fragen, nämlich um das Thema Bildung und um das Thema, wo kommen eigentlich die Kinder her, die man dann bilden kann. Erstmal brauchen wir Kinder, die man bilden kann und dann muss man sie bilden, das klappt irgendwie beides nicht. Und erst, nachdem man das schon auf mehreren hundert Seiten durchdekliniert hat, kommt er im siebten Kapitel zum allerersten Mal auf die Einwanderungsfrage zu sprechen, die man dann nachschiebt. Ja, ach übrigens, nur falls das jemand denken sollte durch Einwanderung, kann man das leider auch nicht lösen, weil die da kommen, sind ja meistens nicht, und so kam es dann zu dieser Kontroverse. Also, auch die völlig deutschen oder völlig europäischen Einwohner unseres Landes müssten mentalitätsmäßig, kulturell, intellektuell den westlichen Verfassungsstaat mit all seinen differenzierten Voraussetzungen überhaupt verstehen können und müssten die Bereitschaft haben, sich darauf einzulassen. Und auch daran mangelt es in einer frappierenden Weise. Ich habe mal etwas flapsig den Satz geprägt, aber das scheint mir gar nicht so neben der Sache zu liegen. Wer in der Schule also wirklich nur noch grüne Lehre gehabt hat, der versteht den westlichen Verfassungsstaat nicht mehr. Also, ich habe in meiner Generation zur Hälfte grüne Lehre gehabt, zur anderen Hälfte eben nicht, und da hatte man doch sogar ein Stereoprogramm, da konnte man sich noch ein bisschen orientieren. Aber wenn die tatsächlich nur noch grüne Lehre hatten, dann verstehen sie es nicht. Dann verstehen sie zum Beispiel nicht, dass die Wahrheitsfrage in der Demokratie zunächst einmal ausgeklammert bleiben muss und deswegen ja Raum für Mehrheitsentscheidungen her muss, die aber auch jederzeit veränderbar sind. Wer nur noch grüne Lehre in der Schule gehabt hat, meint eben, es gibt die eine Wahrheit, die hat die Wissenschaft. Die eine Wahrheit, die die Wissenschaft herausgefunden hat und die zufällig auch mit der höheren Moral in eins fällt und aus der auch ohne weiteres dann Handlungsgebote abzuleiten sind, denen sich kein Mensch verschließen kann. Und da ist natürlich weder für parlamentarische Abstimmungen noch für rechtliche oder verfassungsrechtliche Kontrollen im Sinne von Checks und Balances irgendein Raum. Sondern dann sind wir letztlich wieder bei der religiös-fanatischen Welt des frühen Mittelalters, wo also Wahrheit, Politik, Moral, richtiges Handeln eins sind und gar kein Bedürfnis erkannt wird für etwas differenziertere Prozesse im Sinne der Legitimation durch Verfahren, wie Luhmann das formuliert hat. Hier liegt natürlich ein bisschen das Problem. Man braucht, um dem Verfassungsstaat eine Zukunft gewähren zu können, Bürger, die auch Bürger sein wollen. Das heißt, die in erster Linie frei sein wollen. Bürger, die nicht in erster Linie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben möchten, sondern die sagen, ich möchte keinen Erziehungsstaat haben. Ich möchte ihn die Freiheit entlassen werden. Ich möchte mein eigenes Leben gestalten. Der Staat soll für eine Infrastruktur vielleicht sorgen, aber er soll mir nicht sagen, wie ich mich ernähren soll oder welche politischen Ziele ich verfolgen soll. Wenn der Verfassungsstaat weiterhin eine Zukunft haben soll, auch darauf komme ich noch kurz zurück, ist er verwiesen auf die Erhaltung eines Nationalstaats als politische Gemeinschaft, da es nach aller bisherigen historischen Erfahrung nur im Rahmen des Nationalstaats eine verfassungsrechtlich konstituierte Demokratie geben kann. Ganz einfach, weil die Demokratie eben auf das bereits genannte Element der Homogenität angewiesen ist. Diejenige Minderheit, die überstimmt wird und die mit ihren politischen Vorstellungen völlig scheitert und ihre Hoffnung nur darauf setzen kann, dass in vier Jahren die Wahlen wieder anders ausgehen, die muss ja weiterhin in der Gemeinschaft drin bleiben. Die muss ja weiterhin das Gefühl haben, wir sind zwar überstimmt worden, wir sind aber nach wie vor Teil dieser Gemeinschaft, mit allen übrigen Deutschen beispielsweise. Nach den bisherigen politischen Erfahrungen kann man diese großen Gemeinschaften, die sozusagen sezessionsfest sind, in einem Rahmen, der also über die Nationalstaat wesentlich hinausweist, wahrscheinlich nicht betreiben und wahrscheinlich nicht aufrechterhalten. Und die Zukunft des Verfassungsstaates dürfte weiterhin davon abhängig sein, dass es nicht zum Durchbruch einer wirklich multikulturellen Gesellschaft kommt, die allerdings weiterhin schon verwirklicht ist. Nach aller historischen Erfahrung können wirklich multikulturelle Gesellschaften nur in Form mehr oder minder einer Diktatur verwirklicht werden. Beispiel dafür waren schon die von mir ja eben gelobten Normannenstaaten, die seit dem 11. Jahrhundert schon so unglaublich modern waren, mit Expertenregierung, mit Ämterprinzip, mit Zugangsprüfungen zum Beamtentum, also alles Dinge, die sich, nachdem die Normannenstaaten wieder verschwunden waren, im Grunde erst Jahrhundert später durchgesetzt haben. Aber natürlich waren die Normannenstaaten ziemlich diktatorisch organisiert, was schon daran lag, dass die wirklich multikulturelle Gemeinschaften hatten. Also wenn dann Menschen, die ursprünglich aus Dänemark und Norwegen stammten und sich zwischendurch in Frankreich aufgehalten hatten, nun Staaten in Italien eroberten, die vorher den Arabern gehört hatten, ja, und wo noch viele griechische Siedler waren von früher her, das waren vollkommen multikulturelle Gemeinschaften. Demokratisch waren die natürlich nicht. Jugoslawien hat so lange zusammengehalten, wie es einigermaßen diktatorisch war. Und als die Diktatur in Wegfall krieg, 1990 ist das schnell und in blutigen Konflikten zerfallen. Russland hat sich niemals demokratisiert seit 1990, 1991. Und das ging vermutlich auch nicht, weil Russland ja seit vielen Jahrhunderten immer schon ein Reich war und kein Nationalstaat, immer schon ein Reich mit sehr vielen Völkern darin. Wahrscheinlich wäre Russland bei einer weitergehenden Demokratisierung auch schon längst zerfallen, möglicherweise in blutigen Bürgerkriegen. Das ist ein bisschen das Problem. Was stellt allgemein die Zukunft des Verfassungsstaates möglicherweise infrage? Es gibt hier objektive Umstände, die man auch nicht einfach wegreformieren kann oder wegdiskutieren kann, sondern die sich geschichtlich einfach ereignet haben, auch aufgrund einer gewissen inneren Notwendigkeit. Das ist erst mal als ganz großes Thema, das immer im Hintergrund steht, jeder verfassungsrechtlichen Debatte heute, das Aufkommen der postnationalen Konstellation. Ich nehme hier mal ein Stichwort von Jürgen Habermas, dem ich ja nicht immer beipflichte, aber dass es eine postnationale Konstellation gibt, das ist nicht so völlig zu leugnen. Das könnte man sehr weit herleiten, da fehlt uns heute die Zeit dafür. Das hat mit dem Aufkommen des völkerrechtlichen Funktionalismus bereits im 19. Jahrhundert zu tun. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts hat man erkannt, dass es Sachverhalte gibt, die ihrer schlichten Natur nach übernational sind und die vernünftigerweise nur einer übernationalen Regelung zugänglich sind. Wenn man diese dann aber ins Werk setzt, stellt man fest, dass sie nicht wirklich demokratisch ist und nicht wirklich demokratisch sein kann, sondern letztlich immer auf eine Expertenherrschaft hinausläuft. Erstes Beispiel war die Donaukommission, weil die Donau hat, glaube ich, elf Staaten, durch die sie fließt. Bereits 1815 hat man am Rande des Wiener Kongresses dann erkannt, dass es nicht sinnvoll ist, wenn jeder Staat nationalstaatliche gesetzliche Regelungen für seinen Donauabschnitt macht. Und ein Schiff, das die Donau runterfährt, muss dann immer, wenn es eine nationale Grenze überfährt, neue Laternen aufstecken oder andere fahren oder muss auf der anderen Seite der Fahrrinne fahren. Das ist alles nicht vernünftig, das ist nicht durchführbar. Also wurde eine Donaukommission bereits 1815 durch den Wiener Vertrag geschaffen, auch ganz modern wie heute schon mit Rechtsetzungskompetenzen, die dann versuchte, sachgerechte Lösungen zu finden. Das hat sich heute in vielfältiger Hinsicht ergeben, das hat sich dann fortgesetzt. Es gab auch eine Reihenkommission später, es gab später einen Telegrafenverein. Also all die Dinge, die ihrer technischen Natur nach grenzüberschreitend sind und deswegen eine allgemeine Regel brauchen, die nicht so sehr aus demokratischen Debatten hervorgeht, sondern an gewissen technischen Notwendigkeiten im Urteil der Experten orientiert ist. Und wir haben heute eben diesen Welthandel, die Internationalisierung, die Globalisierung. Es liegt auf der Hand, wenn zum Beispiel die Autoindustrie, die deutsche Autoindustrie, jeder andere auch, für die ganze Welt Autos erzeugt, liegt es auf der Hand, dass jetzt nicht das nationale Parlament von Österreich, auch wenn es demokratisch legitimiert ist, jetzt sagen kann, bei uns sind die Blinker der Autos nicht orange, sondern blau oder so. Und die Niederlande sagen, bei uns müssen sie grün sein. Es braucht hier völlig übergreifende Regelungen. Die sind alle nicht demokratisch legitimiert, es ist trotzdem einigermaßen sinnvoll, dass es sie gibt. Zur demokratischen Legitimation komme ich auch noch zurück. Aber die Kehrseite dieser Erleichterung des Welthandels, und Freihandel hat ja enorm viel zum Wohlstand beigetragen, aber Freihandel benötigt eben auch, anders als das Wort frei auf den ersten Blick vermuten lässt, gemeinschaftliche Regelungen. Etwa wie sie auch im Rahmen des WTO-Systems geschaffen worden sind, das allerdings im Moment am Zusammenbrechen ist und nicht mehr funktioniert. Die Kehrseite dessen ist, dass derzeit mit den Mitteln des Völkerrechts eine postdemokratische Welt gebaut wird, so ähnlich wie im 19. Jahrhundert mit den Mitteln des Verfassungsrechts die demokratischen Nationalstaaten begründet und ausgeschaltet wurden. Man braucht eben gemeinsame internationale Standards. Und diese Standards werden in der heutigen Zeit, das heißt seit 1945, als das große Zeitalter der internationalen und supranationalen Organisationen begann, in eben diesen internationalen Organisationen geschöpft und geschaffen und werden das bis heute. Eine internationale Organisation ist dabei eine Organisation von vielen Staaten, die da Mitglieder sind und die sie auch finanziell ausstatten und die von Anfang an die Aufgabe hat, Regeln zu schaffen, die dann für alle gleichermaßen gelten, die nicht demokratisch legitimiert sind, weil es keine wirklichen Legitimationsketten gibt. Und wenn diese Regeln, die die internationale Organisation schafft, das ist der Unterschied zum Staatenbund, es gibt auch einen Staatenbund, aber der Staatenbund macht keine rechtlichen Regeln. Der hat einen Vertrag und der gilt dann, aber es werden keine neuen Regeln aus dem Vertrag gemacht. Eine internationale Organisation hat einen Vertrag, in dem mal drinsteht, Sinn der Organisation ist es, neue Regeln zu schaffen, die dann gelten. Und wenn diese Regeln sich den Mitgliedstaaten nicht nur von außen nähern und eine Pflicht implizieren, diese Regeln dann auch innerstaatlich umzusetzen, sondern wenn diese Regeln den sogenannten Souveränitätspanzer eines Staates durchdringen und den Bürger eines Staates auch unmittelbar verpflichten, selbst ohne, dass sein Staat zunächst eine Umsetzungsaktion gestartet hat, dann nennt man diese internationale Organisation eine supranationale Organisation und die heute mit großem Abstand am weitesten fortgeschrittene und am tiefsten integrierte supranationale Organisation ist natürlich die EU. Obwohl die gar nicht so gerne hören, dass sie eine supranationale Organisation seien. Die glauben, sie sind irgendwas Eigenes aus eigenem Recht. Die halten sich ja sogar für verfassungsfähig. Das sind sie sicherlich nicht. Ja, und wenn wir uns eben das EU-System ansehen, dann sehen wir, es gibt dort keine Legitimationsketten. Es gibt keine Ketten, die von unten das Volk, das gewählt hat, mit dem Minister, mit der Kommission oder so verbinden. Das wichtigste Entscheidungsorgan der EU, das Parlament hat ja auch nicht mal ein Initiativrecht und auch übrigens, ich ziehe das mal vorweg, es gibt ja in der Politik immer diese Forderung. Das hat jeder Politiker, jeder Partei schon irgendwann mal gefordert, wenn von dem undemokratischen Charakter der EU die Rede war. Ja, wir müssen das Europäische Parlament stärken, damit es endlich demokratischer wird. Das ist keine Lösung. Das Europäische Parlament ist kein Parlament, es nennt sich nur so, es ist eher eine internationale, dauernde Delegiertenkonferenz, denn es gibt ja kein Staatsvolk, das es legitimiert. Und wenn zum Beispiel, also wenn jetzt das Europäische Parlament tatsächlich ermächtigt wäre, im Sinne einer Stärkung seiner Kompetenzen, beispielsweise die Schulden der EU-Staaten zu vergemeinschaften und intern neu zu verteilen, und das würden, weiß ich nicht, die Italiener, die Spanier und die Franzosen im Europäischen Parlament mit ihrer Mehrheit beschließen, dass die Deutschen ihre Schulden zahlen müssen, dann fällt ja auf, das wäre ja keine Demokratie, das wäre ja ein Vertrag zulasten Dritter. Also Stärkung des Parlaments ist schon mal nicht die Lösung. Das wichtigste Entscheidungsorgan ist bis heute der Rat der EU, das heißt, es ist der Ministerrat, früher ist der Ministerrat, da sitzen dann jeweils die Fachminister drin, alle Innenminister, alle Finanzminister oder so, gibt es also in vielen Zusammensetzungen. Und da fällt ja gleich auf, es gibt allenfalls von mir aus eine Legitimationskette zum deutschen Vertreter im Ministerrat. Auch diese Legitimationskette, da braucht man schon sehr viel Fantasie, denn der Bürger wählt den Bundestag und der Bundestag wählt den Bundeskanzler. Der Bundeskanzler hat jetzt den Minister ernannt, aber schon dabei wissen wir ja, das kann der Bundeskanzler faktisch ja nicht frei machen, sondern da ist er ja auf die Koalition angewiesen. Er hat einen Koalitionsvertrag und wenn der Minister aus einer anderen Partei kommt, als die, der der Bundeskanzler angehört, dann kann der Bundeskanzler den faktisch gar nicht aussuchen, sondern er wird ihm vor die Nase gesetzt, die Koalitionspartei entscheidet, wer für sie Minister wird. Das heißt, hier bricht schon die mit sehr viel Fantasie erdachte Legitimationskette fast schon ab und egal, zu allen anderen 26 Mitgliedern im Ministerrat habe ich überhaupt gar keine Legitimationskette. Da gibt es null. Also das ist nicht demokratisch, beim besten Willen nicht. Und es wird durch die EU natürlich der übliche Legitimationszusammenhang auf den Kopf gestellt, denn, das haben Sie alle mal gehört, seit Roman Herzog das mal so groß publiziert hat, vor langer Zeit schon, circa 80 Prozent der Gesetzgebung des Deutschen Bundestages ist inhaltlich vorgeprägt durch die Richtlinien der EU. Richtlinien der EU ist das, was in nationales Recht umgesetzt werden muss, wo die EU scheinbar nur die Ziele vorgibt und es bleibt dem nationalen Parlament überlassen, die Mittel zu wählen. Außerdem gibt es auch noch Verordnungen der EU, das sind ganz einfach die Gesetze der EU, das heißt, die auch ohne Umsetzung unmittelbar wirken. In der Tat stellen wir seit Jahrzehnten fest, dass Richtlinien und Verordnungen sich so sehr angenähert haben, dass sie gar nicht mehr zu unterscheiden sind. Also auch Richtlinien geben heute sehr genaue Vorgaben, was die Parlamente zu tun haben. Damit wird der herkömmliche Legitimationszusammenhang auf den Kopf gestellt. Die Exekutive gibt den Parlamenten vor, was sie zu beschließen haben. Das kann sie auf einmal dadurch, dass sich mehrere Exekutiven international zusammengeschlossen haben. Verbundene Exekutiven können im Rahmen der EU auf einmal den Parlamenten sagen, was sie zu beschließen haben. Man könnte das auf den Punkt bringen, durch die Europäisierung, durch die Europäische Union, ist die Verwaltung wieder in diejenige Machtposition eingerückt, die sie im Verlauf des 19. Jahrhunderts eigentlich durch die Demokratisierung verloren hatte. Das war eben nicht von Dauer. Niklas Luhmann hat ja in den frühen 60er Jahren in der soziologischen Aufklärung vorhergesagt, dass der Prozess der Modernisierung eben der Prozess einer immer weitergehenden Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Subsysteme sei, die sich immer weiter voneinander unabhängig machen, was auch nicht nur ein glückhafter Prozess ist für die Betroffenen, weil er eben dazu führt, dass man sich immer weniger versteht. Das System Wirtschaft, das System Medien, das System Politik, das sich selber Staat nennt, das System Wissenschaft, das würde sich immer weiter auseinander differenzieren und die können natürlich miteinander auch immer weniger anfangen, weil zum Beispiel das, das, was im Rahmen des Systems Politik oder des Systems Staat soziale Gerechtigkeit heißt, heißt im Rahmen des Systems Wirtschaft Kosten. Und der Staat will vielleicht soziale Gerechtigkeit herbeiführen, die Wirtschaft muss aber Kosten vermeiden, weil es keine Gewinne macht. Deswegen kommt die nicht überein. Luhmann hat eben gesagt, diese Modernisierung, die ist unaufhaltsam, es wird sich immer weiter ausdifferenzieren. Das Interessante ist, diese Prognose ist so nicht eingetreten. Es hat sich irgendwann eine Gegentendenz eingestellt. Also heute scheinen die gesellschaftlichen Subsysteme wieder zusammenzufallen in ein großes Konglomerat. Deswegen spricht man nicht von ungefähr, vom politisch-medialen Komplex, weil man das gar nicht mehr unterscheiden kann, wo der Einfluss der Medien beginnt und wo die Politik beginnt. Und eigentlich haben wir heute längst einen politisch-medial-wissenschaftlichen Komplex. Das kann man etwa in der Klimaforschung sehen. Man bräuchte gar keinen Kontrafunk zu hören, sondern man könnte sich auf Mainstream beschränken, wenn man nur aufmerksam und kritisch den Mainstream-Medien folgt. Selbst dann müsste einem ganz klar auffallen, dass da in der Klimaforschung ja etwas nicht stimmt. Weil auffällt, dass die Klimaforschung eben nicht den Gesetzen der Eigengesetzlichkeit der Wissenschaft folgt und ihre eigenen Qualitätsmaßstäbe hat, sondern jedem fällt auf, ein Wissenschaftler, der nun sagen würde, auch wenn das noch so evident zu sein scheint, also zu welchem genauen prozentualen Anteil der Klimawandel jetzt menschengemacht ist oder vielleicht auch ein Stück weit natürlich, das weiß doch eigentlich kein Mensch. Und ein Wissenschaftler, der das nun sagen würde, der hätte also ab morgen keine Forschungsmittel mehr, der würde auch zu keinem Kongress mehr eingeladen werden. Das kann der Laie sogar, wenn er aufmerksam liest, aus den Mainstream-Medien hinauslesen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Diese Entdifferenzierung der Systeme geht einher mit einer zunehmenden, ja, Moralisierung und Medialisierung der Politik. Charles de Gaulle soll mal gesagt haben, Les Présidents ne crient pas pour les journaux, il le fait. Also, der Präsident schreibt nicht für die Zeitung, er wurde immer mal wieder gefragt, ob er nicht einen Gastbeitrag in einer Zeitung schreiben will, das hat er als gelernter Panzergeneral dann abgelehnt und hat eben gesagt, ich schreibe nicht für die Zeitung, wie diese Journalisten, sondern il le fait. Also, er macht die Zeitung und das sollte eben heißen, er macht die Ereignisse, er macht die äußeren Handlungen, über die die Fresse dann schreiben kann. Das gilt heute nicht mehr. Man müsste diesen Satz umkehren, mir ist die genaue Umkehrung dann auch auf Französisch nicht genau aufgefallen. Sinngemäß müsste es jedenfalls heißen, die Journalisten berichten nicht darüber, was die Politiker tun, sondern sie geben ihnen die Richtlinie durchaus vor. Matthias Kepplinger hat ja von einer Skandalokratie gesprochen. Das ist vielleicht ein bisschen unglückliches Wort, das heißt ja wörtlich, die Herrschaft des Skandals, Skandal kann aber nicht herrschen, aber die dahinterliegende These ist natürlich brillant, nämlich, dass die großen politischen Veränderungen durch Skandale bewirkt werden im heutigen System, wobei dann wiederum, das ist Kepplingers Hauptthese mit, allein die Medien entscheiden, was ein Skandal ist. Also so treiben sie die Politik vor sich her, können bestimmte Dinge verunmöglichen, andere Dinge herbeizwingen durch das Herbeischreiben eines Skandals. Niklas Luhmann hat ebenfalls in den frühen 60er Jahren, ebenfalls in der soziologischen Aufklärung gemeint, das Wesen der Demokratie, das ist bis heute die einfachste Demokratiedefinition, bestehe einfach darin, dass die Spitze gespalten ist. Luhmann hielt gar nicht so viel vom Begriff der Demokratie. Er sagte, dieser Begriff der Demokratie für das heutige System, der ist sehr zufällig gewählt worden. Das hat ja ein antikes Vorbild und in der Antike bei den Griechen meinte das aber noch ganz was anderes. Zufällig hat man das Begriffsgeschichte heute wieder so getaubt. Das Entscheidende ist jedenfalls, dass irgendwann die Verhältnisse so komplex sind, wobei Komplexität nichts anderes bedeutet als diese Auseinanderdifferenzierung der Teilsysteme, von der Luhmann eben ausging. Irgendwann ist das so differenziert, dass man das nur noch so regieren und steuern kann, indem die Spitze gespalten wird, im Gegensatz zum Absolutismus, den es davor mal gab. Und da ist es auf einmal, wenn man die gegenteilige Ansicht hat von der Regierung, ist es auf einmal kein Hochverrat mehr, sondern man nennt das dann auf einmal Opposition. Und das gilt als völlig legitim. Und der Wähler kann dann irgendwann entscheiden, ob die Opposition statt der Regierung die Regierung übernehmen kann. Und Opposition heißt, die werden dann das Gegenteil von dem machen, was früher die Regierung gemacht hat. Wir sehen, dass auch dies weggefallen ist. Also Luhmanns Prognosen, so brillant sie gewesen sein mögen, waren letztlich von kurzer Dauer. Sie haben für wenige Jahrzehnte gehalten und dann kam es zu einer Umkehrbewegung. Ich denke manchmal so ähnlich wie manche Wissenschaftler, das ist ja strittig, annehmen, dass das Universum nicht ewig expandieren wird, sondern irgendwann auch wieder in die Gegenrichtung zusammenfallen wird. So etwas Ähnliches scheint in der Gesellschaft passiert zu sein. Heute ist die Spitze nicht mehr wirklich gespalten, sondern heute ist das Entscheidende bei der Regierungstätigkeit letztlich ein Elitenkonsens. Die Eliten sind sich einig. Es kommt nicht so darauf an, ob ich bei der SPD oder der CDU bin. Der Bürger kann zwar mitentscheiden, wer ihm die Windräder baut, aber nicht so sehr, ob die Windräder gebaut werden. Und die Opposition wird eben zunehmend als illegitim wahrgenommen. Und dieser Elitenkonsens, der heute eben besteht, weswegen ich Opposition so schwer anzetteln kann, weil man in dem Moment, wo man das versucht, aus den Eliten herausfällt, das ist übrigens auch der Grund, warum Gerichtsurteile in der heutigen Zeit oft so regierungskonform sind, oft so politikkonform sind, weil die Richter die Wahrnehmung haben, wenn wir uns frontal gegen den Elitenkonsens stellen, dann fallen wir raus aus der Elite, dann gelten wir nicht mehr als Elite. Also, dieser Elitenkonsens, den machen die Politiker nicht etwa selber. Das ist so diese Richtung Skandalokratie oder Medienherriff, sondern der Elitenkonsens wird von den Medien wohl nicht nur vermittelt, sondern eigentlich auch gestiftet. Einfaches Beispiel, ich stelle mir vor, ich habe es nicht ausprobiert, wenn wir jetzt ein Vier-Augen-Gespräch führen könnten mit, sagen wir mal, Friedrich Merz. Ich bin gar kein besonderer Friedrich-Merz-Fan. Ich sehe den alle paar Tage im Bundestag, weil ich ja selbst häufiger mal im Bundestag bin und er guckt mich dann immer so schief an, weil er weiß, wer ich bin. Da guckt er mal böse. Aber, wenn wir mit dem jetzt ein Vier-Augen-Gespräch führen könnten und dem erzählen würden, hör mal, das mit dem Klimawandel, also natürlich gibt es Klimawandel, aber zu welchem Prozent der Mensch gemacht ist, das weiß kein Mensch. Die alten Gletscher schmelzen, das ist richtig, die schmelzen seit 100 Jahren und wenn sie dann geschmolzen sind, dann kommen ja Römerstraßen und Römerkastelle zum Vorschein. Die sind wahrscheinlich nicht von den Römern unters Eis gebaut worden und überhaupt kann man ja feststellen, wir leben ja in einer Eiszeit, das ist keine Verschwörungstheorie, das heißt einfach technisch so, in den Geowissenschaften, Eiszeiten sind die Zeiten, wo Eis an den Polen ist. Ja, das ist keinesfalls der Erdgeschichte im Normalfall. 80 Prozent der Erdgeschichte, muss man sich vorstellen, waren die Pole eisfrei und es scheint jetzt irgendwie seit 12.000 Jahren wieder in Richtung Warmzeit zu gehen, deswegen schmilzt das Eis so ganz amählich. Ob das was mit den Menschen zu tun hat, weiß kein Mensch. So, wenn man das Friedrich Merz darlegen würde, bin ich ziemlich sicher, stelle ich mir so vor, der würde sagen, was weiß ich alles, ja? Ich bin nicht halb so uninformiert, wie ihr offenbar glaubt, das geht nicht, ja? Weil in dem Moment, wo ich eine Andeutung mache, also das mit dem Klimawandel, das weiß ja eigentlich kein Mensch, ja? Da ist es vorbei, weil auch deswegen, das ist ja eine Nebenfolge in der Demokratie, der Merz ist ja kein Diktator, ja? Und deswegen kann er nicht sagen, was er vielleicht eigentlich heimlich weiß, sondern in dem Moment, wo er das sagen würde, da würden natürlich spätestens Konkurrenten wie Söder und Hendrik Wüst endgültig aus der Deckung kommen und würden sagen, also wir sind ja immer sowas von loyal gewesen zum Parteivorsitzenden Merz, aber jetzt, wo er erkennbar geisteskrank geworden ist, was man daran erkennen kann, dass er den menschengebrachten Klimawandel leugnet, der ja nun wirklich hundertprozentig wissenschaftlich feststeht, nichts, was so wissenschaftlich ist, ja, müssen wir aus Loyalität zum Land ihn nun mal stürzen und uns an sich Stelle besetzen. Also, es kann sozusagen keiner diese Handlungsfreiheit für sich wahrnehmen, weil das demokratische System, das ist jetzt ein kleiner Nachteil, es ermöglicht, jeden eigentlich in ein paar Tagen zu stürzen, wenn er einen Fehler macht und wenn er irgendwas macht, was man in den Medien skandalisieren kann. Und daraus wird gerade durch die Demokratie ein gewisser Konformitätsdruck ganz einfach erzeugt. Ohnehin kann man das Gefühl haben, dass es ja immer stärker zu einer Konstituante der heutigen Politik wird, dass wir in einer medial erzeugten Parallelrealität leben, an die man dann glauben muss, weil es sonst schlechte Folgen hat. Zum Beispiel an die Hetzjagden von Chemnitz, ja, da ist nicht etwa ein Raubührfall, nein, die Hetzjagden von Chemnitz haben stattgefunden. Oder die Vertreibungsfläne von Potsdam, irgendwie so nach der Hauptfarbe. Oder jetzt eben die historische Tatsache, die übrigens allgemein bekannt ist, weswegen sich ein Nachweis hier übrigt, dass die Wortfolge alles für Deutschland die Losung der SA gewesen ist, das ist allgemein bekannt. Allein die Fachhistoriker haben noch nie davon gehört, aber die wohnen auch in ihrem Elfenbeinturm. Die brauchen wir nicht zu fragen, wir sagen einfach das allgemein bekannt. Also so eine Parallelrealität, die irgendwie medial erzeugt wird und an die man dann irgendwie zu glauben hat. Naja, und dieser Umbau des Verfassungsstaates, also der Verfassungsstaat, grundsätzlich Nationalstaat, auch wenn einige Konsequenzen an eine höhere Ebene abgegeben werden müssen, weil das wirtschaftlich gar nicht anders geht, aber grundsätzlich mit Legitimationsketten, mit dem Gegensatz von Regierung, Opposition, mit dem Leitbild des freien Bürgers, Stadt des Erziehungsstaates, dieser Umbau in eine Art Erziehungsstaat, in einen Staat, wo ein Elitekonsens von den Medien nicht nur vermittelt, sondern auch gestiftet wird, geht einher, und damit komme ich doch schon in die Endgrade, mit einer ziemlich grundlegenden Umdeutung der Grundrechte, der, wie gesagt, nicht vom juristischen Fachstab geleistet wird, sondern von Publizisten in den Medien und insbesondere auch bei den NGOs und vor allem, und das ist besonders interessant, auch von den Verfassungsschutzämtern. Bei den Verfassungsschutzämtern arbeiten kaum Juristen, die mit den Einzelheiten der Dogmatik, der Verfassungsfeindlichkeit überhaupt vertraut wären aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das sind zu einem ganz großen Teil Politologen, die dann im Rahmen dieses eigenartigen politologischen Begriffs des Extremismus, der im Grundgesetz nicht vorkommt, irgendwelche, für die es keine genauen Kriterien gibt, eine völlige Umdeutung der Grundrechte betreiben. Ja, denn die Grundrechte sind ja im Verfassungsstaat, im liberalen Verfassungsstaat, Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Es ist immer der Anspruch, dass der Bürger zur Sicherung seiner Privatautomie, seiner Meinungswillens politischen Gestaltungsfreiheit den Staat aus seinen Angelegenheiten raushalten kann. Deswegen kann auch übrigens der Einzelne gar nicht verfassungswidrig handeln. Der Einzelne kann nicht verfassungswidrig handeln, weil die Verfassung sich nicht an ihn richtet. Ja, wenn ich jetzt sage, Frauen können nicht einparken, ist das nicht verfassungswidrig, weil die Verfassung unter dem Staat verbietet, Frauen schlechter zu stellen, aber der Einzelne kann nach wie vor sagen, was er will. Man kann allenfalls verfassungsfeindlich handeln, also wenn man die Verfassung als solche abschaffen will. Der liberale Verfassungsstaat setzt dem gegen eine ganz umfassende Meinungsfreiheit und politische Aktionsfreiheit aus. Das hat ja bereits 1945 Popper in seinem Hauptwerk die offene Gesellschaft und ihre Feinde auf den Punkt gebracht. Popper meint mit der offenen Gesellschaft bekanntlich eine Gesellschaft, die ihren Bürgern keine Ziele vorgibt, sondern der Staat sorgt für Verteidigung, Infrastruktur, Polizei, aber überlässt jedem Bürger seine Ziele allein zu definieren und zu verfolgen, also kein Erziehungsstaat. Es ist sehr bezeichnend. De facto meinte Popper damals einen nicht kommunistischen Staat, auch das kam klar raus. Es ist bezeichnend, dass heute in dieser Open Society Foundation von George Soros, das völlig ungedeutet wird, die Open Societies Foundation will ja den Bürgern praktisch alles vorschreiben. Jedes kleinste Detail des privaten Lebens soll irgendwie letztlich vorgeschrieben werden, im Rahmen dogmatisch vertretener linksliberaler Voker sonstiger Vorstellungen. Und die Offenheit, von der der Name der Open Society Foundation spricht, besteht dann allein nur noch in der Heterogenisierung und der Entstrukturalisierung der gesamten Gesellschaft. Und in dieser Umdeutung, die gerade in Deutschland von NGOs, wie etwa dem Deutschen Institut für Menschenrechte und auch vor allem von den Verfassungsschutzbehörden geleistet wird, werden die Grundrechte in ihr Gegenteil verkehrt. Sie werden zu einem Tugendkatalog, anhand dessen der Staat gewissermaßen die Verfassungstugend seiner Bürger messen kann. Wenn dann irgendwer sagt, es darf kein Ausländerwahlrecht geben, was ja Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist, weil ja im Grundgesetz drinsteht, die Staatsgewalt, die vom deutschen Volk aus. Wahlrecht machen, ist einfach ein Verfassungsgericht verboten. Ja, wenn man aber heute sagt, man darf doch kein Ausländerwahlrecht machen, dann läuft mal Gefahr, in den Verfassungsschutzbericht zu kommen. Und zwar mit der Erwägung, der hat die Menschenwürde in Abrede gestellt, indem er gesagt hat, nicht alle Menschen seien gleich, weil die Ausländer kein Wahlrecht haben sollen. Also solche total unkundigen Dinge. In diesem Rahmen werden dann die Menschenwürde mit den Diskriminierungsverboten, die es im Grundgesetz zwar in einzelnen, spezifischen Fällen gibt, sozusagen in eins gesetzt und es wird eben dieses Verständnis verbreitet, dass sie unmittelbar den Bürger binden sollten. Insofern fordert das sogenannte Deutsche Institut für Menschenrechte, das eben jährlich seine Finanzierung vom Deutschen Bundestag selber erhält, nichts weniger als das Verbot der Opposition. Es kritisiert überhaupt nicht den Staat im Rahmen der Menschenrechte, sondern es sagt, es sei ein Ergebnis, es sei die Forderung der Menschenrechte, der Menschenwürde, dass doch die Opposition in Deutschland schnellstens verboten werden sollte. Ob es dagegen ein Aufbegehren gibt, das wird man sehen. In den letzten Jahren hatte ich ehrlich gesagt pessimistischerweise tendenziell das Gefühl, dass also gerade die jungen Leute, also einerseits sich nach dem bedingungslosen Grundeinkommen sehen, wie immer das gehen soll, dass das eine ganz wichtige Forderung ist, dass dann auch noch die Legalisierung von THC eine ganz wichtige Forderung immer war, gibt es ja wohl jetzt. Und ansonsten ist man aber sehr tolerant, ansonsten liefen die ja, was mich sehr beeindruckt hat, auf diesen Klimaschutzdemonstationen rum mit Schildern, wo drauf stand, verbietet uns endlich was. Also wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen und immer Cannabis rauchen können, der Rest kann gerne verboten werden. Nun stimmt das ja vielleicht nicht mehr, obwohl die Corona-Jahre ja auch eher pessimistisch gestimmt haben. Da schien es ja auch so auszusehen, dass also 80% im Grunde willig mitmachen, auch ihre Mitmenschen denunzieren und den grundlegenden Charakter der Grundrechte, die eben nicht situativ irgendwie von irgendwas abhängig gemacht werden können, nicht so wirklich erkennen. Nun gibt es neuere Umfragen, die, was eben den politisch-medialen Komplex sehr geschockt hat, darauf hinzudeuten scheinen, dass es doch eine, ja, sollen wir sagen, eine Rechtstendenz unter sehr jungen Leuten gibt. Wobei man das wohl auch wieder gleich korrigieren muss, weil wenn man differenzierter guckt, dann sieht man, dass diese Rechtstendenz sich bei jungen Männern vor allem abzuspielen scheint, wohingegen die jungen Frauen tendenziell eher noch linker werden sollen. Und das ist ein besonderes Rätsel, was ich hier auch nicht auflösen kann, mit dem ich schließen will, aber das mich also in der letzten Zeit auch immer stärker umgetrieben hat. Ich sehe das ja auch persönlich, weil ich privat im Prenzlauer Berg wohne und mich da mit meinen Nachbarn auseinandersetzen muss, die ja zum Glück wesens ethnisch Deutsche sind, aber ansonsten ziemlich grün. Da sehe ich ja, dass die Träger dieses heutigen Denkens, ja, dieses Woken-Denkens und dieses Gedankensgrenze auf, damit die Armen der Welt zu uns kommen können, um sich hier von dem Unrecht zu erholen, dass wir ihnen angetan haben, ja. Die Träger dieses Denkens sind in erster Linie junge Frauen, interessanterweise. Typischerweise mit akademischem Hintergrund. Und es sind, was die Sache nun wirklich frappierend macht, in Berlin, in den Großstädten, das spielt sich ja zumeist in Großstädten ab, es sind genau dieselben jungen Frauen, die, das kann man in Berlin ebenfalls mit eigenen Augen beobachten, die seit Jahren immer weniger nach Einbruch der Dunkelheit überhaupt rausgehen. Das stellt man in Berlin in den letzten Jahren fest, nach Einbruch der Dunkelheit sieht man praktisch keine Frauen mehr im Freien, auch nicht in gemischten Gruppen, weil die natürlich längst gemerkt haben, dass auch ihre Männer und ihre Freunde sie im Ernstfall nicht gegen diejenigen verteidigen könnten, die sie vielleicht angreifen würden. Dieselben jungen Frauen sitzen dann zu Hause vor dem Computer und befördern diese linken und diese woken Vorstellungen im Sinne von Gerechtigkeit in der Welt. Man weiß nicht warum, ich hatte immer die Vorstellung, es muss damit zu tun haben, dass junge Frauen, weil sie ja nun von Natur aus nun mal dazu da sind, in etwa zehn Kinder auf die Welt zu bringen. Das ist ja der Plan der Natur, kann man ja nicht leugnen. Und um irgendwie zehn Kinder dann da durchzubringen, muss ja ein ungeheures Potenzial an Selbstlosigkeit da sein. Also es muss im Kopf der Frau ein Programm da sein, dass ihr sagt, sei selbstlos für andere da, für die Kinder. Und es könnte eventuell sein, dass also wenn diese Kinder aus welchen Gründen auch immer nicht mehr da sind oder nur noch in geringer Zahl da sind oder erst nach dem 45. Lebensjahr dann da sind, wenn überhaupt, dass dieses wahrscheinlich biologisch angelegte und aus Überlebensgründen notwendige Selbstlosigkeitsprogramm sich dann selbstständig macht und sich ganz andere Ziele sucht. Ja, und dann irgendwie sagt, die Menschen aus Afrika, die so arm sind, die müssen doch zu uns, da kann man doch nicht nach Vorteilen und Nachteilen fragen. Ja, genauso wenig wie die Mutter, wenn es um die Bedürfnisse ihres Säuglings geht, jetzt nach Vorteilen und Nachteilen fragt. Ja, das kann sie nicht. Ja, wenn sie das machen würde, wäre der Säugling tot. Und dass also diese offenbar eingebauten Programme dann auf ganz andere Ziele gerichtet werden, wo sie sich sehr schlecht dann auswirken für die Gemeinschaft. Aber das ist eine reine Theorie, die ist noch sehr unausgegoren, an der ich da arbeite. Und deswegen schließen wir an dieser Stelle mit einem leider etwas pessimistischen Ausblick auf die Zukunft des Verfassungsstaats. Sie hörten einen Vortrag von Ulrich Vosgerau mit dem Titel Die Zukunft des Verfassungsstaats. Aufgezeichnet am 17. Mai auf der Jahrestagung des Kontrafunks, die in der Nähe von Zürich stattfand. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio 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 www.kontrafunk.radio